de hat mehr und Was heißt das mit Soße? Du hast angefangen Na dann Gucken wir mal raus, nehmen wir mal wieder einen Fuse Ja gut, dann wird es mal Obwohl das ist doch ein Deathmatch, ja klar, natürlich 5 gegen 5 Das ist kein Schellespiel Ja, ja, nee, alles gut, weil sonst hätte ich wieder Cavera mit Schote genommen Ja gut, ich hätte doch Okay, es wäre doch sinnvoll gewesen auf Cavera zu gehen Aber alles gut, kann ich ja noch machen Die Gegner führen Nein, der O-Weg Aber ich musste nachladen, was in der Woche Oh, Alter Ja Scheiße, dort denkt die Cavera Ach nee, das ist der Worten was Entschuldigung, ich habe nur den ersten Gegner gesehen Bis wo ich da mit dem Gamer-Tech gesehen habe Der Gamer-Tech Das war nicht weiter mehr, der Ash Geht doch schon wieder los, dass ich hier nur Assists sammle, Schatz Und Punkte Och, Glück gehabt Alles und nix Nichts 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 Scheiße Scheiße, wann Ich hab die Tasse gedrückt Den Scharmen müssen die Typen Ich hab die Tasse gedrückt 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 Oh, Glück Ich hab die Tasse gedrückt Ich hab die Tasse gedrückt Ich hab die Tasse gedrückt Hätt's wohl gerne Ich hab's zuerst markiert Oh, da kam noch die Das war jetzt Absicht ... ... ... Ich hab die Tasse gedrückt ... ... ... ... ich kenne das hey jetzt habe ich jetzt bin ich mal in den rücken gefallen ach das sagt dies wird ich mir hinterher die ganze zeit mit geschnitten und es ist natürlich habe ich war der oryx hier mag auch nicht sterben das war der oryx ich kriege die tritt schlägt die tritt schlägt sich hin und tötet mich durch nachgeladen durch schlacht werden muss er selbst juli gehabt ja man ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ganz gedreht jawohl hat das wieder mit dem scheiß zu lenken habe ich gewann sauber leute sauber leute habe ich gesagt ja wir lagen eine weile zurück und dann noch mal ein bisschen angezogen ja wir haben es trotzdem gut gemacht ich bin im verballer und jetzt so nur Katze einmal Monokompessor ah ok ich merke in einem grüß ruft 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 Untertitelung des ZDF, 2020